Und da sind wir wieder zurück mit Octodad. Wir spielen weiter. Aufgabe ist, wir gehen in die Küche. Wo ist denn der Wecker? Na komm, den machen wir erstmal aus hier. So. Na, genau den. Da. Ne, das nicht. Das. Ja, kannst du wieder loslassen. Die Küche ist vielleicht da. Kinder, hab euch auch lieb. Ups, wartet, ich muss noch ein Stück hier rüber klitschen. Hallo. Ah, hier ist die Küche. Guckt mal, Kinder. Dad geht's gut. Der hat gestern wirklich ein bisschen zu viel getrunken. Oh. Koche Kaffee. Koche Kaffee? Nö. Zack. Zack. Und. Achso, da fehlt noch was. Was willst du eigentlich von mir, Alter? Kann ich dir? Hoch? Hoch. So. Milchfilze. Die ist bestimmt im Küchen. Milchfilze. So. Einmal loslassen. Nein. Das da unten ist die Milch. Ne. Da ist die Milch. Wer ist denn Stacy? Das ist mein Kind, ne? Oh. Kein Problem, Schatz. Ich komme. Oh. So. Geh raus in den Hinterhof. Machen wir gleich. Oh. Kann ich sie auch anpassen? Wie ich für sie? Hier. Klapps auf den Hintern. Schatzi. Ne. Na gut, okay. Was auch immer du sagst. Achso, ich hätte vielleicht erstmal... Check. Oh. 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 Moment. Ich habe vielleicht die falsche Position. Da. So. Moment. Ich stelle uns ein bisschen tricky. Okay. Nein. Nicht unten drunter. Da. Ja. 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 Nein. Ja. Den an. Geh mal ein Stück da rüber. So. Achso. Oh. Jetzt muss ich alle machen. Okay. Jetzt kein Problem. Geh mal ein. Oh. Oh. Ja. Ja. Das ist ein bisschen Dreck. Das ist gut für Kinder. Egal. Oh. Ja. Ja. Ah, das ist, damit die abgehärtet werden. So. Nein, nein. Lass das liegen. Nimm das. So, das ist er. Oh, gar kein Problem. Oh, sorry, Schatz. Nö. Lass das los. Nimm den Hamburger. Oh, jetzt hat er sich verbrannt. Oh, das ist kein Problem. Es ist ja schließlich. Es ist ja schließlich Octodad. So. Aua. Oh. Ja, geht doch weg vom Grill. Jätet den Garten. Das ist der Garten? Aber ich soll doch den Garten jäten. Ach so, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Moment. Zack. Zack. Genau das passiert. Ich komm nicht ran. Aber an die hier komm ich bestimmt noch ran. Ne, komm ich nicht. Gut. Dann laufen wir mal so. Ja, ganz vorsichtig sind Schatz ihre guten Blumen. Oh. Sorry, Schatz. Sorry, Schatz. Ich hör gleich auf. Zack. Oh nein. Wir müssen noch ein Stückchen. Mein Freund. Das kriegen wir schon. Oh. Komm ein Stück zurück. Genau. Ja, er meint's ja nur gut. So. Komm. Hol den Rasenmäher aus den Schuppen. Das machen wir doch glatt. Der Hausmann kümmert sich hier um alles. Ja. Tom jej nicht. Tja, dein System ist ja. Du kannst doch einfach beim hungry. Ist nicht mal rum. Oh. dann hör mal auf. der papa kümmert sich hier das war so ein kopf hängen geblieben alles gar kein problem der papa macht es würde nicht weh das kann ja was werden muss das noch kleiner werden ja glaube ich schon oder auch nicht wo soll denn jetzt hingefallen ach da hin okay alles klar dann das ist nur beiseite und das ist nur beiseite schnappen wir uns den nächsten großen einmal dahin gesetzt das ist kein thema so und zack legst du da hin wir tun das beiseite wir nehmen uns den nächsten großen zack so der papa hat es drauf hängen das vogelhaus auf ja was nöx 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 alles gut schatz hmm hmm anyway i have a surprise for the whole family happy trip to the aquarium yeah i know you think aquariums are festering prisons of iniquity but i've got to write an article for the paper can't you make an exception this time awwww hmm oh uh groceries we need to go to the grocery store we need things like cereal for the kids right kids well we already have cereal we need so much cereal and it's settled we're all going to the grocery store oh oh man find die tiefkühler pizza kein problem oh was denn das Er muss ja im Tiefkühler sein. Warte. Frozen Delights. Ja. Frozen Pizza. Da ist es. Out of order? Ne, das wollte ich nicht. Ja, das hier nimmer. Zack. Genau. So. So. Nein. Egal. Nö. Wir haben die Tiefkühler-Pizza gefunden. Ach so, wir müssen... So. Nehmen wir mit. Hallo. Äh. Oh, jetzt haben wir sie. Das ist doch die Tiefkühler-Pizza oder nicht? Nö. Hier, kannst du nehmen. Ach so, du möchtest hier bloß vorbei. Sag das doch. So. Das war leider keine Pizza. Wie kommen wir denn hier lang? Oh. Dann... Hm. Ich will da hoch. Wie komme ich denn da rüber? Geh nochmal runter. Ich sehe es leider auch nicht so richtig. Ach so. Warte, 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 warte. Einmal nach der oben mit dir. Kannst du dich da irgendwo festhalten? Nee. Ja, genau so. Einmal raus da. Zack. Siehste, wie das geht. Siehste, wie das geht. Prima. Okay, noch nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal hier ein bisschen abräumen. Was für ein Scheiß. Sorry, aber das ist so doof. So. Einmal das Bein nach oben. Na. Kannst du nicht? Huch. Huch. Kannst du hier dazwischen? Ach, siehste. Huch. Ja, eine Pizza. Alles für die Kinder. So, besorge Tommys Müsli. Okay. Ja, egal, Mann. Zack. Und bam. Und bam. Das ist Fleisch. Minecraft. Das ist keine Mangolimbo. Ist das keine Mangolimbo? Nö. Ach so, ich muss da nach oben. Ja, gar kein Thema hier. So. Da räumen wir das ja mal alles weg. Das weg. Das hier alles weg. Zack. Das weg. Oder wir werfen es einfach. Ne. Oder auch nicht werfen. So. Einmal da. Weg. Das hier. Weg. Zack. Und das hier weg. Auch kein Mensch. Oh. Armer Kerl. Ja. Ja. Dahin. Genau. Und das andere Bein hinterher. Kommst du jetzt nicht da hoch, oder was? Ach. Da müssen wir wohl alles wegräumen. So. So. Das hier auch weg. Das hier komplett weg. Weg. Jetzt müsstest du aber gehen. Jetzt müsstest du ja hier hochkommen, mein Freund. Moment. Nimm das Bein mit hoch. Huch. Da mit hoch. Genau. Genau. Jetzt räumen wir das hier noch alles ab. So. Ja. Einmal weg damit. Weg damit. Das kann auch. Weg. 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 Hopp. Wir räumen mal auf. So. Und dann nehmen wir auch mal das hier auch kleiner weg. Hoch. Andere Bein wieder mit hoch. So. Und das andere Bein hinterher. Ja. Schnappt ihr schon mal. Schokomilch. Wo gibt's denn hier Schokomilch? Da sind sie doch. Frische Produkte. Hä? Tommys Müsli? Hat sie das nicht gerade geholt? Jetzt haben wir ihr das aus dem Wagen geklaut. Oh. Jagd sie uns jetzt? Nö. Hoffe ich nicht. Lalalala. Ich hab dir das nicht weggenommen. Wo ist denn die Schokomilch? Ist alles gut hier. Das ist okay. Ach doch. Warte. Da hinten ist Schokomilch. Guck doch weg. Jetzt packe ich dir so einen Wagen. Schokomilch. Was gucken die mich so an? Meine Schokomilch. So. Finde den perfekten Apfel. Das machen wir. Wer hat denn hier so ein Chaos veranstaltet? Äpfel. Da hinten sind Äpfel. Ach, diese Bananen überall. Oh. Aua. Da haben wir den Apfel. Holt ihr hinten ein Sushi-Probchen? Boden hinten? Hier hinten? Nö. Hier hinten nicht. Oh. Ich bin einfach mal über sie drüber gestiegen. Ach. Sushi-Probe. Sushi-Probe. Wo gibt es hier eine Sushi-Probe? Sushi-Probe? Ich mach gar nichts. Was nehme ich so an? Oh. Hier nicht. Hier auch nicht. Wo ist denn die Sushi-Probe? Sushi? Hallo? Guten Tag. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Fahren Sie ruhig weiter. Fahren Sie ruhig weiter. Gehen Sie ruhig. Tschüss. Ach hier. Ach nein. Da. Gut. Dann gehen wir da hin. So. Das ist meine Sushi-Probe. Lauf. Oh Gott. Ja, lauf, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat denn hier überall diese Aranadenschalen? Geh von an der Kasse raus. Gar nicht. Ja. Ach, an der Kasse muss ich rausgehen. Ja, ich bin dabei. Alles gut hier. Genau, nimmst du bitte das. Das packst du hier noch mit drauf. Und das und das packen wir auch noch mit drauf. Ach so, ich muss jetzt... So, können wir da rein? So, können wir da rein? Ne, ne, den Apfel haben wir schon. Den Apfel haben wir schon. Und die Pizza. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Hm, was willst du machen, ne? Alles für die Familie! Und damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Sagt mir mal, wie ihr das Spiel so findet, sonst ist halt einfach mal was anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder. Ciao, eure Fenixa!